Die Weihnachtsmaus Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten. Denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen oder Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Netz gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich, aus dem Loch heraus, kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Muttergut verborgen. Mit einem Mal das Beste weg, am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rund heraus, ich habe es nicht genommen. Das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar der Marzipan von Peter. Was selten und erstaunlich war, denn niemand fand ihn später. Doch Christian rief rund heraus, ich habe nicht genommen. Das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen. Ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst leckeren anderen Dingen. Doch Nelly sagte rund heraus, ich habe nichts genommen. Das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papati riefen, ach, welche Plage. Die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort. Sie sagte unumwunden, Och, sind erst die Süßigkeiten fort, Ist auch die Maus verschwunden.